Einen wunderschönen guten Abend zum Turnier. Kleiner Rückblick zum Krieg von heute. Ich dachte eigentlich muss es knapper werden, aber denen ist am Ende wohl ein bisschen die Luft ausgegangen und unseren Leuten nicht, was sehr geil ist. 600 Punkte Vorsprung, super Krieg. Der vierte Sieg in Folge und ich glaube von den letzten elf haben wir acht gewonnen. Also aktuell läuft das echt gut bei uns. Weniger gut läuft, glaube ich, meine Turnierdefensive. Ja, nix passiert. Wir hängen auf dem D, was natürlich die täglichen Punkte. Früh um zehn. Ja, das bringt mir nicht so viel. Und Tyler ging so. Klar. Das hat relativ gut funktioniert. Oh, wie lecker ist das denn? Jetzt haben wir sogar, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eigentlich will ich, ja komm, grün noch ein bisschen. So. Ich will, genau, das auslösen, warte ich noch ab. Und ich glaube, ich löse parallel mal den hier aus. Und dann kann ich alles glänzen. Und dann kann man starten. Zack, zack. So. Wer ist denn am schwächsten in der Verteidigung? 820, 780. Und vorne in der Mitte, Kollege Schnürschuh. Okay. Angriff machen wir noch ab. So. Kommt hier blau runter. Ja, das reicht nicht. Der überlebt das nicht. So, sehr schön. Wenn das nicht der erste Sieg wird, dann läuft irgendwas schief. Jetzt können wir nämlich hier fröhlich rein ghosten. Wir gönnen uns erstmal den Regard. Ähm. Ah, fuck. Ja, genau. Ja, genau. Das war nämlich der Unterschied. Gucken wir mal, ob hier was runterkommt. Gleich wieder wegcleansen den Spaß. Grün bitte. Egal. Ja. Ja. Nicht gerecht. Okay, das reicht aber definitiv. Sehr gut. Don Camille. Weiter geht's. Auf in den nächsten. Uuuuund. Cleanse für sich selbst. Oh mein Gott, das ist ein hässliches Team. Oh mein Gott, das Board könnte schlechter sein. So viel Grün. Kriegen wir hier keinen Diamanten irgendwie zusammen? Das muss doch drin sein. Okay, so hätte ich ihn jetzt nicht erwartet. Ähm. Bitte nicht alles laden. Danke. Okay, wir haben Cleanse. So. Theoretisch. Sehr gut. Da haben wir schon wieder einen grünen Diamanten. Mensch, das ist ja ein Board, das ist ja der Wahnsinn. Oh mein Gott, was passiert hier. Ähm. Okay, Tiberthus will ich nicht vorher aktivieren, bevor der Wasserkopf spielt. So. Ja, ich musste das machen. Ich wollte nicht, dass das Diberthus mit den Autotex und den Buffs da mich irgendwie umbringt. Der macht nämlich auch Schaden. Okay. Jetzt holen wir uns den Cleanser wieder. Bitte bringt nicht meinen Rasserkopf oben aus. Also klar. Okay, die blauen ins Leere. Jetzt rollen wir die linke Seite mal auf hier. So. Linke Seite weg. Jetzt noch ein blaues Match irgendwo herzaubern. Da ist eins und ein grünes kommt mit. Ja, ja, mach das ruhig. Ich mach meinen Angeregen. Ich mach ihn jetzt nämlich hoch. Und schön, dass den Greschnik erledigt. So. Nächster Gegner. Inrigat in der Mitte ist stark. Alle mit 20 Emblem. Und... Okay, egal. Es ist eh alles Bordabhängig hier aktuell. So. Dann hoffen wir mal, dass hier eine Kaskade reinfällt in den Rigat und ich viel laden kann. Oh ja, grün sieht gut aus. Es hat nicht gereicht, aber ich habe blauen Diamanten. Bitte nicht den Triton laden. Ja, ich brauche den Cleanser und bringe mich die Autotex hier um. Okay, nix laden. Okay. Oh. Bitte nicht die falschen... Nein. Oh, sehr gut. Der hält ja einiges aus. Bitte nicht. Geh links aus dem... Oh, niemanden hat er erwischt. Das ist schön. Okay, ab. Okay, machen wir das so. Und die grünen... Ja, voll. Der Mensch richtig eingeschätzt bei dem... Ist gar nicht so einfach bei dem Turnier. Oh, da ist ein... Da waren grüner Diamanten. Aber da ist jetzt so viel blau. Natürlich belebt er wieder. Was auch sonst. Zack. Mach's noch mal. Ja, mach's noch mal. Mach's noch mal. Okay. Das war's jetzt. Gut, gut, gut. Was kriegt man jetzt vor die Nase? Brotreisfreund. Ich weiß nicht, warum alle Sonja Kasten nehmen. Okay, Regal ist gleich tot mit der blauen Kombi. Dann haben wir den Grimm dort hinten, der mit der blauen Kombi sterben könnte. Okay, aber jetzt noch nicht geladen. Mach mal lieber Sonja. Weil die Brünnhütte, die würde ich nicht unbedingt gestalten lassen hier. So, zack, zack. Und das machen wir so. Heute läuft's. Biere Forever. Eigentlich ein echt schöner Name, aber das habe ich zu spät gesehen. Sorry, Kollege. Okay, dann einer noch. Das Team hat sich echt bewertet. Blaues in Grünes. Gucken wir da noch mehr. So, kriegen wir da noch ein Blaues runter. Schade. Ich bin mal weiter in die Calir rein. Das funktioniert gerade. Ja. Kein Blaues mit, schade. Gelb. Ach, du Heimatland. Eine Nullnummer zum Schluss. Fuck Chinese. Ja. FK Chinese. Sorry. War nicht böse gemein. Trotzdem, die ersten Vierer waren echt super. Das sollte gereicht haben für die Kiste. Sehr gut. Und haben wir was Schönes hier drin. Schurkenwappen mal wieder. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und eine Niederl reicht, um uns auszuklären. Aber wir sind am letzten Tag ohne Einkaufen. Finde ich super. Schönen Abend. Tschüss.